Glücksbuch und geliebt das große Glück mit den kleinen Dingen. Es hat verschiedene Glücksmomente gegeben und zum Beispiel die Sonne, der Regen, die Blumen. Wenn ich beim Fußballtraining ein Freund möchte oder wenn es halt wir einfach Spaß haben. Bei Fahrtfindern und bei den Freunden und bei glücklichen Momenten einfach. Wir haben uns rausgefunden, indem ich Sachen ausprobiert habe. Zum Beispiel Sachen, was ich mich nicht traue. Zum Beispiel von irgendwo Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe, aber unbedingt machen will. Und dann muss man halt viel Mut zusammennehmen und es machen. Man muss Mut sammeln und oft lange Mut sammeln. Also, dass man lange vor seinem Ziel eigentlich steht und dann sich nochmal überlegt, will ich das machen oder nicht. Weil es ist einfach so, ich habe es herausgefunden, indem ich einfach viele Sachen probieren möchte, aber nicht alles klappt. Und da habe ich halt mich in Ruhe gesammelt und weil ich dann gesehen habe, es geht nicht. Und es geht wirklich nicht. Bin ich zurückgegangen oder ich bin runtergegangen oder ich habe einfach den Rückgang wieder eingestellt, sozusagen. Meine Stärken sind auf jeden Fall Beweglichkeit. Aber was es eher nicht so ist, ist es, also Dehnübungen und so und Gleichgewicht, da bin ich nicht so. Also meine Stärken sind eher Rennen, Kraft. Mit meinen umganglichen Freunden habe ich mich verbessert, habe ich das Gefühl. Zusammenhalt ist auch eine Stärke für mich. Wir haben uns mal nicht so gut verstanden und dann habe ich halt versucht, das wieder zu gut machen. Es hat dann nicht geklappt, aber auch, dann hat es mal geklappt.